So Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich da noch mal in Ötz mit meinen Kollegen. Ja, und ich würde sagen, es ist unten ein bisschen wenig Schnee, wie man da vielleicht sieht, aber wir machen einfach das Beste aus. Und ja, da schaut man mal, oder? Musik 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 Outro So, wir sind jetzt schon ein bisschen gefahren, es geht echt voll gut, es ist nichts los auf die Bisten und es ist nichts abgefahren, im Tierschlein schon, aber schon ist voll cool und jetzt fahren wir mal in unsere Line, schauen wir mal wie es geht, jetzt war ich schon zwei Tag nicht mehr jetzt und ja, schauen wir mal, ob sie da besteht und ja, wir schauen gleich, oder Jungs? Ja, super! 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 Ja, super!